So, wir hatten eigentlich einen anderen Plan. Wir wollten mit der Drohne ein paar Aufnahmen machen. Ja, einen schönen guten Morgen. Wir haben jetzt Sonntag, 10 Uhr. Es ist eiskalt und nebelig und zum Abschluss des Videos machen wir noch mal ein paar Drohnenaufnahmen, obwohl man wahrscheinlich nicht viel erkennen wird, weil es eben so nebelig ist. Aber mal sehen. Erstens, wir hatten leider nicht auf Aufnahme bei der Drohne raufgedrückt und es war eiskalt. Man konnte auch kaum was erkennen, also war es, glaube ich, schon ziemlich gefährlich mit der Drohne bei so einer Kälte und bei dem Nebel fliegen zu lassen. War auch sehr spannend. Das ist kaputt. Leute! Die Drohne! Zwei Flügel drehen sich nicht mehr! Die ist gerade einfach so abgestürzt! Alter! Mein Gott! What the... Hoffen wir mal, dass es nur wegen der Kälte, dass es wieder gut wird, dann haben wir nämlich tausend oder mehr, also das hat ungefähr so tausend Euro gekotzt, die Drohne. Alter, dann haben wir so viel in die Mülltonne jetzt einfach geschmissen. Die arme Drohne. Alter. Am Ende ist sie leider abgestürzt. Das habe ich, glaube ich, sogar auf Aufnahme. Habe ich schon erwähnt. Das ist kaputt. Alter, jetzt ist alles auf Aufnahme! Ja! Die beiden Dinger sind kaputt! Das kommt von der Kälte! Und... Die ist abgestürzt, glaube ich, weil... Die Flügel wurden von der Kälte eingefroren. So ein bisschen eingefroren. Da hängt sogar noch ein bisschen Eis dran. Es ist so kalt hier, das glaubt ihr nicht. Wow! Aber wir hoffen mal... Die Drohne ist immer noch heile, hoffen wir mal. Du bist so kalt! Ich bin這一 Metal, ein paar Jahre alt ist. Mit der valvebrebrebrebreu. Du bist ganz niedrig in die Mito. Und wenn balanced bist, würde ich schon machen. Vielen Dank.